Türkische Mokka-Kanne-Kaffee-Genuss, wie im Mittelalter ein zentrales Element der seit 2013 zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden türkischen Kaffeekultur, ist die Mokka-Kanne. Wie bei der japanischen Tee-Zeremonie ist auch die traditionelle Zubereitung des türkischen Mokkas begleitet, von ritualisierten Handgriffen, die rund um die Mokka-Kanne zu erledigen sind. Die traditionellen Utensilien, die Kaffeekultur, hat ihre Ursprünge in der arabischen und osmanischen Welt. Im späten Mittelalter trat der Kaffee dann ausgehend von der jemenitischen Hafenstadt Almuk, Mokka, seinen Siegeszug um die Welt an. Zur traditionellen Zubereitung, wie sie auch heute noch im Nahen Osten, in der Türkei und auch in Griechenland sowie anderen osteuropäischen Ländern gepflegt wird, benötigst du folgende Utensilien. Eine Kochmöglichkeit, also eine Herdplatte oder eine Feuerstelle. Früher wurde mit einem heißen Sandbad gearbeitet. Eine Methode, die heutzutage wieder in Mode kommt, weil sie für eine schonendere Art der Erhitzung und eine bessere Aromenentfaltung steht. Die türkische Mokka-Kanne. Der Behälter, der alle Zutaten aufnimmt und in dem gekocht bzw. gebrüht wird. Je nach Sprache heißt die Kanne auch Ibrig, Brikki oder Cheswe. Messlöffel zum Abmessen der Kaffee- und Zuckermengen. Rührer oder Rührstab. Mokka-Tassen, aus denen du später den Kaffee mit dem charakteristischen Bodensatz trinkst. Die ursprüngliche Zubereitung, staubfein gemahlener Kaffee, ein Löffel pro Tasse, die gleiche Menge Zucker, je nach Geschmack auch mehr oder weniger, und optional gemahlene Gewürze wie Kardamom, Zimt oder Nelken werden zusammen mit dem Wasser in die türkische Mokka-Kanne gegeben. Die Kanne wird erhitzt und die Mischung wird drei bis fünfmal aufgekocht, bis der Schaum genau die richtige Konsistenz hat. Gegebenenfalls wird umgerührt. Nach Ende des Brühvorgangs wird der Kaffee aus der türkischen Mokka-Kanne in die Tassen umgefüllt. Dann wird kurz gewartet, bis sich der Kaffeesatz abgesenkt hat und der Mokka kann genossen werden. Das zeichnet eine türkische Mokka-Kanne aus. Eine türkische Mokka-Kanne besteht üblicherweise aus Metall und besitzt einen langstieligen Griff. Ihr Fassungsvermögen ist meist auf wenige Tassen, zwei bis sechs Tassen beschränkt, wobei eine Tasse mit etwa 70 Milliliter angesetzt wird. Ganz traditionell und stilecht ist eine türkische Mokka-Kanne aus Kupfer oder Messing gefertigt, welches inwendig verzinnt wurde. Heutzutage haben sich auch Kannen aus lebensmittelechtem Edelstahl etabliert. Das falsche Material, speziell schlechter Stahl, kann zu Geschmacksverfälschungen führen. In den Ländern des ehemaligen Jugoslawien sind auch emaillierte Kannen üblich. Optisch ansprechender ist es, wenn der langstielige Griff aus demselben Material wie die Kanne ist, aber es gibt auch Plastikgriffe, die besser vor Hitze schützen. Üblicherweise ist auf dem Boden einer türkischen Mokka-Kanne eine Zahl eingeschlagen, die Auskunft darüber gibt, für wie viele Tassen sie gedacht ist. Jeder kann seine türkische Mokka-Kanne finden, Tradition oder nicht, am Ende zählt der Geschmack. Und da Edelstahl eine Erfindung der Neuzeit ist, die mit ihren Eigenschaften wie Lebensmittelechtheit, Rostfreiheit oder Geschmacksneutralität punktet, findet sich dieses Material auch recht häufig bei modernen türkischen Mokka-Kannen. Bei der großen Auswahl an unterschiedlichen Größen, Marken und Designs solltest du keine Probleme haben, die passende Kanne für dich zu finden.